Hallo, herzlich willkommen bei Trippers. Schön, dass ihr hergefunden habt zu unserem ersten Videolog-Eintrag. Das ist Janosch. Das ist Andreas, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und wir sind zwei Mediestudenten aus Magdeburg. Wir werden von Januar bis März durch die USA reisen. Wir werden auf dieser Reise Beiträge erstellen, Artikel, Audiobeiträge, Videobeiträge, Video-Tagebuch-Einträge. Von denen könnt ihr hier den ersten sehen. Wir werden also quasi die ganze Reise für euch dokumentieren. Und das Besondere daran ist, ihr könnt unsere Reise aktiv mitgestalten. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, werden wir euch in einer Umfrage nach eurer Meinung fahren. Dabei kann es darum gehen, in welche Stadt wir als nächstes fahren sollen, womit wir uns in unserem nächsten Artikel beschäftigen sollen oder welche bescheuerte Aufgabe wir beide als nächstes für euch erledigen sollen. Kann also ganz lustig werden. Kann natürlich auch eine tolle Aufgabe sein, muss ja nicht eine bescheuerte sein. Also wir freuen uns auf eure Vorschläge und wünschen euch viel Spaß beim Lesen und beim Mitmachen. So, haut rein. Tschau. Tschüss.